Ich begrüße euch zu einem weiteren zum zweiten Video EC von Vanorama Verbesserungsvorschläge zum einen eben hier von mir, wo ich sage, da und dort ist nur nicht optimal, könnte man definitiv vielleicht ändern, wäre nicht schlecht, beziehungsweise auch von euch, denn ich habe das letzte Mal aufgerufen, habt ihr denn etwas, wo es sagt, da und dort, äh, da könnte man noch mal hier ein paar Schrauben herumdrehen hier, und habt ihr auch einige Kommis dazu hinterlassen, hat mich sehr gefreut dazu, dann gleich vorher aber noch bevor der Ballon hier verschwindet, ähm, zum Thema Gift & Trade, das ist mir dieses Mal auch aufgefallen, beziehungsweise die letzten Male, weil es ja noch nie daran geändert wurde, und zwar wenn man hier unter Tauschen reingeht, bei Angebote durchsuchen, ich nehme jetzt einfach mal dieses hier Angebot hier, auch wenn es zwar ein bisschen absurd ist, aber was soll es, Mandelbaum gegen Ziegenmilchbaum, denkt man, und da ab und zu kommt es dann eben vor, klickt man hier so rein, denkt man, oh, das ist ein tolles Angebot und so weiter und so fort, und dann, das ist da plötzlich, gar zum Schluss etwas anderes, der wird beispielsweise, da habe ich auch mal ein bisschen davon gemacht, dass ihr euch vorstellen könnt, was ich damit meine, und zwar hier beispielsweise, wird angeboten, heiße Quelle gegen Ziegenmilchbaum, dann denke ich mir, okay, gutes Angebot, klicke ich rein, das nehme ich an, definitiv, und dann, wenn ich dann drinnen bin, dann hoppla, wird auf einmal dann angezeigt, och, es ist eine heiße Quelle, aber gefordert werden drei Ziegenmilchbäume, ja, dann ist das Angebot zwar ein bisschen mist, da würde ich mir auch wünschen, so aus kleiner Verbesserung, dass man direkt hier heraus, und wenn man da ist, direkt so eine kleine Zahl hier unten hat, gefordert, angeboten wird, ein Mandelbaum, und dafür wird gesucht, beispielsweise auch, wenn sie hat, so das drei Ziegenmilchbäume, dass man hier extra reinklicken muss, und da dann sieht, aha, 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 ist doch ein bisschen anders, als man gedacht hätte, denn es ist auch teilweise, will man ein gutes Angebot machen, da sagt man einfach mal, okay, ich möchte zwar jetzt beispielsweise eine heiße Quelle Item, möchte ich haben, gebe dafür jetzt eine Tattel XXL, und will mir so jetzt hier keiner tauschen, okay, dann mache ich mal drei Tatteln XXL gegen die heiße Quelle, denkt, aber jeder ist es nur eine Tattel XXL, weil er einfach normalerweise keiner unbedingt extra reinguckt und schaut, okay, wie viele bietet er jetzt an, von daher wäre es praktisch, wenn man hier draußen vielleicht eine kleine Zahl machen könnte, okay, es sind drei Tatteln XXL gegen die heiße Quelle, okay, da tauschen, tauschen, und teilweise werden so die Angebote oder einfach übersehen, könnte man einige, meiner Meinung nach, verbessern, dann auch noch so Thema Gift und Trade, was ich auch noch ein bisschen verbessern würde, meiner Meinung nach, was auch sehr, sehr nice wäre, wäre, wäre beispielsweise eben hier, Mandelbaum, gegen Siegmichbaum, bleibt man gleich bei diesen Angeboten, dass ich dann sehe, okay, würde mich auch interessieren, wenn ich so suche, tausche ich das, den würde ich nicht tauschen, einfach ein Beispiel, wie gesagt, naja, mache ich einfach mal, aber möchte wissen, habe ich nur noch ein Siegmichbaum, da mache ich es nicht, habe ich noch 15 Minuten, dann mache ich es, würde ich mir vielleicht wünschen, wenn man hier so oben bleibt, mit der Maus wird einer dann öffnet sich quasi hier so ein Tool, ja, im Inventar hast du, weiß ich nicht, zehn Stunden, ein Stück davon, dass ich hier sehe, okay, mache ich oder mache ich nicht, und so gehe ich dann hier extra nochmal raus, gehe mein Inventar, gucke, wie viel habe ich denn, mache ich es oder mache ich es nicht, und so wird es auch einfach schneller gehen, das ist auch noch so ein kleiner Verbesserungsvorschlag, das ist zumindest meine Meinung, was würdet ihr denn davon, gut, bin gespannt, vielleicht wird sie gehen, vielleicht auch nicht, mal schauen, aber eben hier, ein Verbesserungsvorschlag, okay, das zu meinem, was mir so aufgefallen ist, und dann habt ihr auch ihr einige die Comments hinterlassen, und da fand ich auch sehr, sehr gut, und zwar, schreibt er zum einen, von Marama User nochmal zwar nicht angegeben, aber 22440022, in den Wolken bitte die letzte Stunde Minuten hinunterlaufen lassen, da muss man nicht ständig nachschauen, das fand ich auch eine sehr gute Idee, was damit einfach gemeint ist, ist eben hier, bei der Wunderranke wird es immer in Stunden angezeigt, und es kann teilweise gut, wenn es jetzt so ist, wenn man einfach mal sieht, das jetzt einfach mal auch, wenn es 24 Stunden hier lebt, bis mal was angezeigt wird, da wird es dann angezeigt, okay, in Stunden, dann ist es da nicht schlecht, wenn dann weiß ich, in etwa, okay, 30 Stunden, allerdings, wenn es dann einfach so der Fall ist, dass es nur noch weniger als eine Stunde dauert, ist das doch ein bisschen nervig, und da finde ich es auch recht gut, wenn man das in Minuten anzeigen lassen könnte, Beispiel, hier eben bei den Spieluhren, denke ich mir, okay, dauert es jetzt noch 59 Minuten, bis ich die drei, bis ich die Erntel-Vokopo bekomme, warte ich nicht, und er ist sofort ab, oder dauert es nur noch 5 Minuten, da warte ich die 5 Minuten, das wäre ich hier sehr, sehr nice, wenn man das dann wirklich Minuten an Anzeigen lassen könnte, das finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee, dann haben sich, muss man sagen, auch viele gewünscht, ein Thema Kino, dass man da eben hier, früher war es so, dass er jeden Tag hier, unterschiedlich, dann wieder neu begonnen hat, das hat bis dato ist es eben so, es beginne ich jetzt hier heute um 13 Uhr, mache die 3, es ist hier, es ist 4, ich kann nicht mehr, da bekomme ich eben immer die 15 Punkte, und dann nach 24 Stunden bekomme ich wieder 15 Punkte, sonst bekomme ich immer nur die 5 Punkte, und früher war es so, dass es immer von Tag zu Tag, also von 0 Uhr bis 0 Uhr, aber dafür muss man sagen, bekommt man jetzt und das war früher auch nicht so der Fall, ist es seit einige Zeit auch genutzt worden, dass man dafür viel mehr Filme gucken kann, da hat zwölf noch zwar nur 5 von den Kinopunkten bekommt, aber viel mehr gucken kann, das gleicht sich, wenn man 3 mehr guckt, auch zwar ein bisschen, dann auch wieder ein bisschen aus, muss man sagen, dass auch so gut die Wartezeit ist auch weggefallen, also dass ich jetzt nicht mehr so ist, da wurde schon einiges sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Dann war es hier mit diesem zweiten Video dazu, ja, liebes Bigfoot Team, vielleicht habt ihr das Video gesehen, wer weiß, wer weiß, und vielleicht kann man da wirklich was tun, habt ihr denn noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge, dann schreibt sie gerne in die Kommentare und damit bis zum nächsten Mal, vielleicht bis zum nächsten Gipfel, sieht es ein bisschen anders aus, wäre jedenfalls genial.